Wo sind wir heute? Hallo ihr Lieben, heute ist, wenn ihr es seht, wieder Mittwoch. Wir sind beim Harlequin und stehen vor einer schon schaurig gemachten Einrichtung. Passt zu Halloween, ne? So ein bisschen, ne? Wenn ihr es seht, ist Halloween allerdings schon drei Wochen vorbei. Aber wir sind hier und schauen mal wieder, was hier abgeht. Ja, neue Berichte aus dem Harlequin, jetzt von uns. Also, viel Spaß. Alles in Brand, man kann dem Herz nicht sagen, was es fühlen darf, wenn nicht mein Herz fahre. Ja, heute mal wieder im Harlequin. Ich glaube, es ist schon wieder ein halbes Jahr her, wo wir das letzte Interview gemacht haben. Richtig, du bist ja nicht älter geworden, ne? Ne, du aber auch nicht. Nein. Ich muss sagen, nur wir werden immer schöner. Ja, wie geht's dir? Ja, man lebt. Man lebt. Im Moment ist sehr viel zu tun, wie gesagt, Gott sei Dank. Arbeitstechnisch ist mega viel zu tun. Dann, Gaststätte läuft eigentlich auch recht gut, muss ich sagen. Die Auftritte, also wir können uns nicht beschweren. Ich kann es nicht sagen, von wegen, ich habe keine Schoß oder sowas. Läuft alles klasse und Vorbereitung für nächstes Jahr laufen auch. Immer was zu tun. Das ist super, weil die letzten anderthalb Jahre waren ja wirklich eine Katastrophe. Ich weiß, ihr habt ganz viel gemacht. Ihr habt renoviert, ihr habt Veränderungen gemacht hier. Ihr musstet euch auch irgendwie beschäftigen, ganz klar. Ja. Und jetzt muss der Rubel wieder rollen, ne? Richtig. Ja, was erwartet uns denn jetzt in den nächsten Wochen? Ja, also wir haben ja sehr erfolgreich Halloween gefeiert, muss ich sagen. Und ganz viele Gäste waren da, die auch das erste Mal da waren. Durch den Zuspruch, durch die Zeitung, mit der Geschichte, die passiert ist, mit unserer Flagge, die man hier angezündet hatte. Ja. Und da vorab schon mal ein dickes, dickes Dankeschön von wegen. Es waren so viele nette Menschen hier aus der Umgebung, von verschiedenen Parteien, von wegen, die unterstützen uns. Sondern die stehen so hinter uns und es ist egal, welches Alter oder ob schwul, heterosexuell oder sonst irgendwas, die waren alle hier, ne? Super. Und da schon mal eins verwechselt, Dankeschön. Also das ist ja auch dann so eine Gemeinschaft, die ja im Notfall doch zusammenhält. Richtig, genau. Es ist und bleibt hier das Wohnzimmer für alle. Genau. Da gibt es auch keine Unterschiede. Das ist richtig. Ja, und jetzt halt am 20. die, ja, man könnte sagen, eine Tüte Bundes in kleinem Format. Tüte Bundes Light. Light, richtig, ganz genau von wegen. Ich habe Gott sei Dank das große Glück, von wegen, im Verein Hamburg 07 auftreten zu dürfen, im Tennisclub. Dort hat man angefragt und leider Gottes ist da die Location nicht ganz so groß. Aber, da gibt es halt eine kleinere Version von der Tüte Bundes, weil im nächsten Jahr, das 10-Jährige, wird dementsprechend groß gefeiert. Von wegen, da sind dann zahlreiche Künstler dabei, die uns auch immer begleitet haben. Wer zum Beispiel? Chère Cherelle wird dabei sein, Nadia Royale wird dabei sein, Inna Rain wird dabei sein, ja natürlich Meri Köl. Mit der ich im Moment sehr, sehr viel aufmache. Ich sage, ich mag es gar keine Frage. Also, alles gute, bekannte Persönlichkeiten, die wir auch alle kennen von der Tüte Bundes. Richtig, richtig. Ja, das wird dir dann ein Kracher auf jeden Fall. Richtig, ist so. Und denen habe ich auch ganz viel zu verdanken, darf man nicht vergessen. Und das ist immer wieder schön, wenn man sich dann wieder sieht. Oder auch heute habe ich noch mit Lena Rain telefoniert und einfach toll. Bald ist Weihnachten, ist da auch was geplant? Läuft da auch was so? Also, wir werden auf jeden Fall Weihnachten, wird es so sein von wegen, wir werden Weihnachten wieder geöffnet haben für unsere Gäste. Das haben wir eigentlich in jedem Jahr. Und uns ist es auch ganz wichtig, dass die Leute wissen, wo wir sind, weil nicht jeder hat Familie, Freunde oder ist einsam oder wie auch immer. Und da sind wir halt da und unterstützen ganz gerne auch. Am 24.12. Am 24.12. Wie viel Uhr? Ab 22 Uhr sind wir da, ne? Also das Wohnzimmer ist geöffnet am 24.12. Ab 22 Uhr. Wer dem Weihnachtsbaum leid ist, kommt hier hin. Richtig. Dann geht es dann richtig weiter. Richtig. Und auch ein Christkind bestimmt, ne? Ja, auf jeden Fall. Der Robert wird die Plätzchen backen. Ich kann das nicht. Ja, dann habt ihr doch noch einen Geburtstag vor der Türe stehen. Ja, und das ist natürlich auch, wie gesagt, da freue ich mich mega drauf. Und ich hoffe, diesmal passieren keine Katastrophen, weil grundsätzlich zum Einjährigen, zum Zweijährigen, zum Dreijährigen immer weinen. Wie was? Gas, Wasser, Scheiße oder Stromausfall oder Musik ging weg oder sonst irgendwas von wegen. Und ich bete da oben zum Lutz, er möchte bitte darum kämpfen, dass diesmal alles gut klappt vor wegen und wir da nicht irgendwie in Katastrophen stehen. Wie gesagt, sechs Jahre haben wir jetzt das Halleckchen in unseren Händen. Und ja, das war genau richtig die Entscheidung. Das ist eine Herzenssache. Also am 1.12. ist ja der Welt-Ebsttag und wir werden von Herzenssost am 4.12. natürlich auch hier vor Ort sein. Ein paar rote Schleifen verteilen und einfach mal gucken, was so geht. Ja. Ja, Olli, ich bedanke mich recht herzlich. Ich bitte mal einen kleinen Einblick vom Harlequin und ich denke mal, irgendwann kommen wir wieder und machen wieder ein frisches Video. Ja, ich hoffe doch. Vielleicht sehen wir uns ja dann schon jetzt, wie gesagt, in der nächsten Zeit wieder oder Silvester. Oder so. Ich glaube, wir werden knallen lassen. Silvester hat auch nochmal geknallt. Super. Leute, ganz, ganz viel. Ich freue mich auch, dass es wieder läuft und dass Corona jetzt mal so langsam zumindest so ein bisschen aus den Köpfen verschwindet. Auch wenn wir da noch was von haben werden. Aber kommt vorbei. Die beiden freuen sich riesig auf euch. Hier wird man so nett aufgenommen. Und jeder ist willkommen. Jeder. Und wenn einer Fragen hat und irgendwas nicht versteht, wir sind immer da und beantworten euch gerne die Fragen. Euch noch einen schönen Abend. Bis dann. Tschau. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's. Na? Wieder neue Infos für euch. Schaut sie euch an. Es gibt viele Veranstaltungen. Alles natürlich irgendwie im G-Bereich. Aber ja, toll. Also nicht nur Gay, sondern G-G oder G-G-G. Wir haben natürlich noch ganz viele weitere Aktionen für euch. Und zwar fangen wir an mit dem 26. Wir sind zu Gast bei Slam'n'Friends. So zu einem kleinen Safer Sex 3.0 Gespräch, ne? Ja, genau. Es geht um Geschlechtskrankheiten, um HIV, um PrEP, um alles. Ihr könnt uns fragen, ihr könnt uns löchern und interviewen. Wir wollen es ganz locker mit euch machen. Am 30.11. ist dann Dr. Kira Pong zu Gast zum PrEP-Gespräch. Ein interaktives Gespräch zum Thema HIV und PrEP. Prima. Also endlich auch ein PrEP-Arzt, der sich mal dazu äußert und wo ihr vielleicht dann auch mal hingehen könnt. Außerdem sind wir immer noch für euch da mit Beratung und Test in der Aids-Hilfe. Jeden ersten Dienstag von 16 bis 18 Uhr. Anmeldung immer noch und wie immer auf HIV-test.herzenslust-giesbos.de. Außerdem sind wir für euch da jeden 2. und 4. Mittwoch im Monat von 18 bis 20 Uhr. Am 1. Dezember machen wir noch mehr. Oh, Wild-Eids-Tag steht an. Also es sind nur einige Veranstaltungen da. Wir haben schon einen Flyer von der Aids-Hilfe, wo alle Termine draufstehen. Den werdet ihr auch im Internet, glaube ich, finden. Aber ganz wichtig, wir sind am 1. Dezember im Gesundheitsamt von 14 bis 18 Uhr und machen dort unsere Beratung und Test im Gesundheitsamt. Anmeldung auch über die Internetseite. Welche? Weiß ich gar nicht, ob die steht hier unten. Aber kommt auf jeden Fall auch dahin vorbei und wir freuen uns riesig auf euch. Und Anmeldung der Aids-Hilfe haben wir ganz viele Überraschungen, die ihr in den nächsten Wochen noch sehen werdet. Schönen Abend, schönen Tag euch und bis bald. Ciao.